Wenn Sie dazu was sagen möchten, wie finden Sie das, was hier in Remscheid abgeht, rufen Sie im Studio hier an, die Nummer 0179 3131444 und der erste Anrufer ist von der Leitung. Schönen guten Abend, hier ist das Remsteiner Fernsehen, das war der Herr Aufleger, der war schneller am Auflegen, als er was sagen konnte. Und wir haben einen Anrufer, Tempo 30, fahren Sie gerne Tempo 30? Hallo? Ja, hier ist das Remsteiner Fernsehen, fahren Sie gerne Tempo 30? Ich habe leider keinen Führerschein, aber ich halte mich generell gerne an die Verkehrsvorschriften. Hier ist das Remsteiner Fernsehen, Tele DMW, guten Abend. Schönen guten Abend, Lennart Rickert hier, auch aus Berlin. Ah, die Berliner sind aber große Fans. Ja, ich glaube du startest langsam durch. Mit wem spreche ich denn eigentlich, stell dich doch mal vor. Paul aus Berlin. Aus Berlin. Warst du in der letzten Sendung auch schon dabei? Ich war in der letzten Sendung, aber da ging es irgendwann irgendwas mit Verkehr. Ja genau, ich erinnere mich an die Berliner Truppe. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, bei meinem Lieblingssender ruf ich doch gerne mal an. Schönen guten Abend, ich spreche mit dem Toni. Einmal schönen guten Abend und frohe Weihnachten, da bin ich die alte Legende. Ich grüße euch, schön, dass ihr uns lesen, dass ihr uns hören. Entschuldigung. Ich finde das scheiße, wenn du irgendwo besucht bist und du hast eine Leute am Zocken. Ja, schönen guten Abend, Remscherlau-Fernsehen, Tele-DMW. Wen haben wir da? Ja, mein Lieber, hier ist der Marco, auch aus Berlin. Ach, ich habe es mir gedacht, der sitzt bestimmt neben dem Paul. Aber das ist eine Spekulation. Nein, tatsächlich nicht, also ich sitze hier ganz alleine. Aber ich muss sagen, es ist ja verrückt, dass du wirklich nur Berliner Leute bei dir hast. Die scheinen dich wirklich sehr zu lieben und ich sehe auch hier die Zuschauerzahl. Da ist ja richtig was los bei dir, das ist ja echt cool. Schönen guten Abend, das Remscherlau-Fernsehen hier aus dem Studio an der Pyramide. Der Michael, wen habe ich denn da? Ja, hallo, Sie haben den Tobias aus Berlin. Hallo, Berliner Runde. Ich grüße dich, Tobias. Du wolltest was sagen zum Rasieren. Hast du einen Vollbart? Ich habe eigentlich keinen Vollbart, aber dafür eher längere Haare. Ja, ich habe auch keine Glatze. Nee, darauf wollte ich aber zu sprechen kommen. Glatzen an sich, finde ich, sind eine interessante Sache. Wer möchte was dazu sagen? Und der nächste Anrufer ist am Telefon. Remscherlau-Fernsehen, Tele-DMW. Wen haben wir denn am Telefon? Ja, hier ist der Nevio. Der Nevio, ein bekannter Zuschauer aus Südbayern. Hallo. Ja. Was hast du denn da erlebt? Bitte. Ja, also, ich bin damals auch darauf reingefallen. Sie haben ein neues iPhone gewonnen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, war informativ und ich danke auch den Zuschauern, die hier angerufen haben, die ein bisschen mehr Mut hatten als die anderen. Da sind wir dabei, da ist Tele-DMW. Da sind wir dabei, 0179, 3131444, 0179, 3131444. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020